Ja, hallo zusammen. Auf zur nächsten Runde Titan Quest. Hier durch dieses sehr angenehme Urlaubsgebiet. Da fühlt man sich richtig gut. Ja, wie gesagt, aktuell fehlt mir echt die Herausforderung. Muss ich jetzt mal so feststellen. Ich finde es gerade eher so fad. Ich glaube, das trifft es am besten. Ah, ja, das nervt mehr als alles andere, dass ich mich immer hin und her porten muss. Ach, leck mich. Ich porte mich jetzt nicht zurück. Ist jetzt nichts, was unbedingt sein muss. Ja, keine Ahnung. Also ist jetzt gerade echt so lalala. Man marschiert hier lang und schnetzelt die Gegner nieder. Und ansonsten passiert gerade nicht allzu viel. Entschuldigt. Yeah, jetzt wird es wieder schwierig. Oh, ich habe Leben verloren. Das macht mir natürlich Angst. Ich habe wieder Leben verloren. Sollte es jetzt anspruchsvoller werden. Ich wage das ein Stück weit zu bezweifeln. Da war es ein Brunnen. Da sind Gegner. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Ja, keine Ahnung. Also ich bin definitiv jetzt nicht über the top. Ey, das ist... Oh, es werden diesmal noch mehr. Langweilig. Da geht es nicht weiter. Da drüben rennt schon wieder einer. Aber ich glaube... Doch, da komme ich lang. Hallo. Hallo. Echt eher öde, ne? Ist für euch jetzt sicherlich auch nicht so aufregend. Ich finde das gerade echt so... Mir wurde übrigens erzählt, ich habe die DLCs oder spiele ich in falscher Reihenfolge. Ich hätte wohl zuerst Atlantisch spielen sollen oder müssen, aber ich hoffe, dass das jetzt nicht zu einem Problem wird. Sondern als das Spiel da schnallt, dass ich jetzt mit dem hier zuerst losgelegt habe. Nicht, dass die alle Level 30 sind. Einen Speedrun wollte ich nämlich nicht starten. Das war jetzt nicht der Plan. Ja, genauso trist und grau wie die Gegend, würde ich sagen. Aber selbst wenn die treffen, machen die nicht genügend Damage, um mir gefährlich zu werden. Ich meine, das sind ja teilweise 5, 6, 7, 8. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da irgendwo Angst habe, dass da mal was passieren könne. Ja, dann geht es wohl hier weiter. Wir können jetzt, ja, würde ich sagen. Hallo. So. Langweilig. So. 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 Hallo. Na ja, wer des Talers, wer den Taler nicht geerbt ist und so weiter und so fort. Noch mehr kannst du nicht tragen. Was, ich kann nicht mal mehr? Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch gerade echt verarschen. Äh, komm. Hau weg den Scheiß. Das hier ist wichtiger. Ich gehe jetzt auch in dieser Folge, wenn mir jetzt nicht gerade irgendwas Aufregendes passiert, auch nicht verkaufen. Was ist das jetzt? Das mache ich denn in der Aufnahmepause vor der letzten Folge. Was haben wir da? Auch Gesocks. Oh, mal ein bisschen mehr Gesocks. Das war jetzt auch nichts Aufregendes. Hier ist wieder ein Brunnen gewesen. Dann gehen wir hier nochmal zurück und gucken uns da nochmal genau um. Weil Brunnen bedeutet ja meistens neues Gebiet. So. So. Tü-lü-lü-lü. Hallöchen. So. da können wir zumindest das geld mitnehmen wo geht es denn hierhin gehen wir doch mal gucken ach gottchen so schlimm war das jetzt auch alles nicht die können wir auf jeden fall mal mitnehmen hier kommt magie starb tschüss wie viel platz bitteschön soll ich denn dafür schaffen wieder bedrohliche musik ich erzittere vor essenlaub oder wie essenlaub jaja schreist rum den ring sollten wir auch noch einstecken können gehen wir mal rein hier in die gute stube ja wahrscheinlich schreckt das diese tür nicht öffnen warum nicht auch nichts weiter was ich anklingen kann also hier werde ich wohl sehr wahrscheinlich nicht wirklich weiter kann diese tür nicht öffnen toll ganz toll dadurch ist auch nicht von aufgabe versiegelt ok das heißt wir müssen erstmal noch irgendwas machen tun bekommen wie auch immer damit wir hier weiter kommen blöd aber ist so hey freunde kuscheln wir eine runde ja macht spaß so dann gehen wir hier noch mal lang das ist aber derselbe weg nur andersrum oder auch nicht kommen auf jeden fall nicht hoch sie zumindest keinen weg der nach oben führt das ist ja strange wieso kann ich hier hier geht es nicht weiter im augenblick kannst du die tür nicht öffnen ok sei doch nicht so gleich so beleidigt ist ja nicht so ich dachte nur ich probiere es noch mal gut hier geht es also erstmal nicht weiter für uns nun gut dann haben wir das auch hier ist jetzt glaube ich auch nichts weiter und das war jetzt nur ein ja schreien habe ich mir gedacht ach kommt jungs recht jetzt nicht also kuscheln wäre gegangen aber das jetzt gerade muss doch nicht sein oder den helm kann man auch mal einpacken finde ich kannst das mal lassen grillen ist gerade nicht so hier ist jetzt auch wirklich feierabend sieht so ein bisschen aus weiter und nicht lang können dann ist hier feierabend ja das ist so ja dann gehen wir doch zurück ich dachte hier können wir noch irgendwo lang aber den war nicht so da unten ist jetzt auch nichts mehr nein na gut ihr lieben dann soll es das für diese folge gewesen sein ich werde einmal gleich in einer pausen folge eben kurz verkaufen und wir sehen uns in der nächsten und letzten folge für diese woche wieder alles klar bis morgen tschüss wir sehen uns